Wir müssen das ja hier ein bisschen verschieben. Geht leider nicht anders. Ja, der Tunnel, wir müssen mal durch. Ja, weil das auch so viel Sinn macht, jetzt das da so zu machen. Einfach als Parallel, erst an dem hinzusetzen. So, Versorgungsturm. Da unten hin. Da oben hin. Hier. Und da. Da. Weil es ein sehr weiter Weg ist. So, Signale. Sollten wir am besten hier noch zusammenführen. T3T, T3T. Dann da ganz oben. Auch noch. Und hier ebenfalls. Tada. Signale. Einmal so und einmal in die andere Richtung. So und in die andere Richtung. Hallo? Okay, dazwischen passt kein Signal anscheinend. Machen wir jetzt selber eins. Auch okay. Geht doch. Äh, und hier machen wir es gleich auch. Den kompletten Weg durch. Ist halt schon ein Stückchen, ne? So, wir machen jetzt Züge von der Campbell-Zucht zum Warendepot hierhin. Und machen den auf Gleis 1. Mit 4 mindestens. Und nennen wir es WD 5. Ohne Doppelpunkt, Mann. Das sind die Lokomotive, die hier. Äh, das Ganze doppeln wir jetzt. Geht aber im Warendepot auf Gleis 4. Äh, habe ich hier einen Ritz eigentlich auch richtig gesetzt? WD 3. Sollte man vielleicht dazu erwähnen. Nach da oben. Nur fragt. Das hier. Gleis 2. An die 4. Und hier oben auf die 1. So, WD 7. Definitiver, Ten-Wheeler. Warum ich deine Mitarbeiter so einfach abwerben kann? Na, die wollen auch einmal bei einer richtigen Eisenbahn arbeiten. Ja, halt's mal. Äh, und hier holen wir uns jetzt als Forschung, warum... Weil ich weiß nicht, was ich machen soll. WD 3 Betriebsmittel fehlen. Oh, oh, oh. Oh, oh. Ja, die, äh, habe ich vergessen. Ups. Jetzt nicht mehr. Ja, die sind eh voll. Hast. Brauchen wir es denn nicht noch irgendwie bei irgendwem? Mach mal. Lockführer. Hier, Lockführer. Dann noch ein Heizer. So, mehr habe ich nicht. Dreamland Award Nets aus. Ja, ja. Ja, ja. So. Strecken. Sieht doch schon mal ganz gut aus. Das ist cool. Das ist echt cool. Ähm, und zwar müssen wir jetzt das Ganze... Ich nehme jetzt ganz rechts erst mal. Gehen wir jetzt nämlich schön gerade hier hinten durch. Das wird jetzt eine sehr teure Strecke. Und verbinden die dann mit der hier. Ja. Das geht auf jeden Fall nach unten. So. Genau. Und... Das sieht ganz gut aus. Da hinten mit einer riesen Brücke. Die Brücke ist einfach unfassbar lang schon wieder. Ist totaler Schwachsinn. 5% ist jetzt auch nicht so wirklich die Welt. Also komm. Da sparen wir aber irgendwie Millionen durch. Totaler Käse hier. 10%. Es ist dir gelungen, schon einige Viehzüchter an das Netz anzuschließen. Das treibt den Fleischmarkt an. So, warte. Bevor wir jetzt irgendwas machen, was wir bereuen, sollten wir... Ähm... ...druber nachdenken, wie wir das Ganze anbinden hier. Und zwar haben wir auf jeden Fall vier Dinger, die hier hinfahren. Also ein Vierer-Gleis. Ne, wir machen nur ein Zweier-Gleis hin. Das reicht eigentlich. Das passt schon. Parallel-Gleis. Genau. Stimmt alles. Aber... Das hier binden wir jetzt damit an. So. Und das da dran. Weil... ...die wir jetzt brauchen. So. Betriebsmittel machen wir natürlich jetzt auch überall rein. Kommt da hin. Da hin. Da hin. Und da hin. Jetzt müssen wir es mal ganz kurz kurz gut mit was hier machen. Weil ich möchte hier gerne eine Warteschleife haben. Weil sonst warten die alle, auch wenn das andere Geist frei ist. Und das ist kacke. Das heißt, wir haben jetzt hier... ...machen wir noch eine Ausgangsstrecke. Und die sieht dann wie folgt aus. Warte. Die machen wir erstmal weg. Die müssen erstmal... ...so ist klar... Äh... Nee, warte. Die muss hier raus. Genau. Und von da aus machen wir noch eine dritte Linie. Die dann wieder zurückführt. Und die... ...lassen wir dann... ...nach der Kurve... ...hier reinfahren. Mein Gott. Äh... ...Gleispunkte entfernt. So. Tada. Und hier die beiden... ...gehen dann weiter da rein. Und lassen sich da auch die Positionen tauschen. Das heißt, das machen wir jetzt hier rein. ...knapp dahinter. Genau. Und da machen wir jetzt Signale. Weil die fallen jetzt den kompletten Weg da rein. Und da sollten die natürlich auch gewappnet sein. Das ist so nicht gut. Und... ...dreht nebenan. Parallel dazu. Genau. Da passen mich jetzt dann wie viele Züge rein? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Sagen wir mal, da passen jetzt neun Züge rein, ja? Mit dem Bahnhof sind zusammen auf jeden Fall zehn. Dann war das nämlich schon mal gelöst, das kleine Problem hier. Das Ganze geht zurück. Das ist halt nur das eine Rückvergleich, da sollten die eigentlich Platz haben. Dann passt das Ganze. Hier brauchen die eigentlich gar nichts, das war eigentlich Schwachsinn. Wir brauchen das ja nur in die Richtung. Hätten wir uns das eigentlich auch sparen können hier. Das ist ja auch kacke. Ach so, da wäre so ein bisschen Lücke drin, das ist ja nicht so schlimm. Ich dachte, das hat das sogar irgendwie ein bisschen Style. So. Tada. Bis hier oben hin. Umgedreht ist das Gleiche. Im nächsten Turm dasselbe wieder. Und das machen wir jetzt hier um einfach zum Turm auch. Und bei dem letzten natürlich ebenso. Und hier könnt ihr dann entweder in die reinfahren oder wieder zurückfahren. Perfekt. Damit hier aber nicht auch gewartet wird, habt ihr dazwischen noch einen Platz. Ach nee, warte. Die brauchen wir jetzt sowieso noch, um hier die Stunden zu wechseln. Wäre sonst sinnlos. So. Ist jetzt nur die Frage, ist das so gut oder schlecht? Ich muss aber ganz echt zugeben, ich habe das Gefühl, dass es so eher scheiße ist, weil die so jetzt dann hier nicht warten können. Sie machen was hier nochmal ganz kurz neu. Ich finde es übrigens cool, wenn man hier ist und so da oben nach ranzoomt, wie der Effekt, wie das aussieht, sieht cool aus. Und ich jetzt mich hier irgendwie bin und so rauszoome, dann zoomt der auch wirklich nach links oben raus. Und nicht so gerade. Das ist schon cool. So kleine Detailliebe, weißt du? Die hat was. Warte, das muss auf das Gleis. Und wir müssen da hinten hin. Warte, wenn wir hier anfangen. Muss es da hin. So. Nur als Beispiel, dass es jetzt hier rauskommen kann. Ach. Komm. Eigentlich ist das Schwachsinn so. Ne, es ist Kesse. Das muss mir direkt von Anfang an hier so durchlaufen. Und in das Gleis rein. Das ist wichtig. Sehr gut. Genau so will ich das haben. Dann können wir uns das Ding hier sehr sparen. Das ist mir die Schwachsinn. Genau. Weil dann haben wir mich jetzt hier auch so eine kleine Warteschreife vor, weißt du? Ja, mein Gott. Ich weiß, dass ich da eine extra Brücke brauche. Tut mir leid. Dass ich das für eine Sekunde vergessen habe. So. Eben verbinden. Signale. Rein und raus. Das ist aber kacke hier. Das gefällt mir so gar nicht. Unübersichtlich für eine Zwiebel. Entweder genauso oder gar nicht. Aha. Manchmal sind die Signale echt komisch. Also wir haben jetzt hier, äh, einen drin. Dann zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sechs Züge. Das sollte eigentlich erstmal reichen, oder? Das müsst ihr jetzt schon beladen. Das dürft ihr auf jeden Fall hinhauen. So, und da fahren die halt wieder raus. Und da passiert natürlich dasselbe. Ist klar, ne? Ist zwar alles nicht symmetrisch hier oben, aber passt schon. Hier hinten passt es ja. So, und dann haben wir jetzt dann eine schöne Strecke. Hier haben wir zwei schönen Warteschleifen. Fangen die ganz sicher zurück. Und dann dahin. Wie lange ist eigentlich diese Strecke? Das ist jetzt gewesen. Habe ich jetzt nicht drauf aufgepasst. Würde mich ja doch mal interessieren. Ja, nicht so. Warte. Das hier, denke ich mal, sind... Einfach so als Test. So ungefähr 100 Kilometer. Testen wir es mal von hier aus. Bis hier sind es ungefähr... 200, 5 und 3... Äh, ich bin... Das sind jetzt dann 200 Kilometer, mal interessant. Okay. Und von hier aus... Bis zu dieser Brücke drüber. Sagen wir hier so 400 Kilometer. Okay. Ja, das sind so ungefähr 1000 Kilometer, würde ich sagen. So ein bisschen mehr als 1000. Wenn nicht sogar viel mehr. Passt. So. Züge. Das wird jetzt witzig. Denver. Nur Fracht. Nach Omaha. Über Denver. Gehst du auf Gleis. Oh, die sind alle... Gut in Benutzung. Sehr gut in Benutzung. Davis Senke nahe... Oh. Da hat aber jemand wirklich ein Problem mit der Zuverlässigkeit seiner Lokomotiven. Mindestens vier. Nur Fleisch. Nichts anderes. Ach, für mich ist das ganze Leder auch noch mitnehmen, wenn es denn da ist. Aber eigentlich nur Fleisch. Wobei, nee, einfach nur Fleisch mit. So, immer Gleis 1, ne? Und hier nach Gleis 3. So, wir machen natürlich jetzt hier vier Stück. Ne, warte, wir machen da fünf, 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 fünf machen wir hier. Also insgesamt 20 Züge. Sponsoring. Ja, warum nicht? Hey. Hey, 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 hey. So, pass auf. Dann machen wir mich jetzt hier... Das nennt sich dann jetzt... Warte. Fleisch 1. Husch, husch! Lass die Erwachsenen in Ruhe Geschäfte machen. So, Waggons, Kühlwagen. Gut, das Ganze... Äh, nee, warte, hier klonen wir jetzt auf fünfmal. Der sechste geht jetzt nämlich hier in Denver. Auf Gleis 2. Und in Omaha bleibt er auf Gleis 3. Genau. So. Erweitern wir ein wenig. Hier gehst du auf Gleis 3. Und da auf Gleis 4. Hervorragend! So, und du gehst in Omaha auf Gleis 4. Und die auf Gleis 4. 18, 19, 20. Jetzt sollten die eigentlich eine gleiche Auslastung haben. Aber es soll zu funktionieren. So, hier machen wir jetzt eine ganze Zeit von Universität rein, weil es ist ein sehr kluges Volk hier. Und... Warte, wie viel haben wir da an Vieh? 24, ja. Die gebrochene Triebstange sieht aber böse aus. Wollen wir ein Pflaster draufkleben? Gut, er hat jetzt mehr viel als, ähm... Das sollte jetzt eigentlich funktionieren. Und wenn wir jetzt hier zum Warendepo hingucken, sollte jetzt ein Ein- und Aus der Waren sein, und zwar in Extremen. Was? Das ist jetzt aber eine richtige Massenproduktion. Oh. Alter. Guckt euch die Ziege an, die da hinfahren. Alter. Okay, das ist echt übel. Oh, warte, Forschung. Äh. Ja, hier, komm. Warte, wir müssen mich jetzt hier noch in die Warendepos. Am besten noch... im Wartungsgebäude reinmachen. Und hier auch. Einfach, weil, warum nicht? So, dann warte mal ein Wartungsgebäude noch. Nee. Ist ja natürlich super gewesen, dass ich das gemacht hab. Nicht gemacht hab, meine ich. So, aber jetzt haben wir wenigstens dran gedacht. Also, alles gut. Cool. Äh, hier, Anleihen haben wir nicht mehr. Wir sind natürlich deutlich besser jetzt, dank dem. Hat trotzdem... Der hat mehr Züge als ich. Unfassbar. So, Dreamliner. Wir kaufen uns nochmal... Ah, 10% von uns fast alles. Dein Mitarbeiter ist aber eine wunderbare Ergänzung. für meine Belegschaft. So, 2% der Aktien würde ich vielleicht gerne haben. Aber erstmal nur 1%, weil die steigen ja auch ein bisschen, ne? Ah, da haben wir echt gut Geld eingebüßt. Aber guck mal, jetzt springen die Tausende aber wirklich wie verrückt hoch und runter. Das ist echt geil. Versuchst du etwa dein Vermögen zu retten, indem du in ein Eisenbahnunternehmen investierst, welches tatsächlich Gewinn macht? Also, eigentlich bin ich größer. Da hat aber jemand wirklich ein Problem mit der Zuverlässigkeit seiner Lokomotiven. So, da Betriebsmittel fehlen. Wie können dir Betriebsmittel fehlen, Junge? Ah, guck mal, jetzt warten die mich eigentlich auf den Gleis, weil auch nur das Gleis voll ist. Blutende Kansas. Oder? Oder fanden jetzt alle über dieses Gleis? Nö, das finde ich gut. Ne, die müssen jetzt eigentlich auf das andere gehen, weil anders geht's ja gar nicht. Aber die haben sich einfach alle später losgeschickt. Aber passt schon. So teilen sie sich hin, sind es dann jetzt nicht... Weißt du, das müssen wir auch beim freien Spiel so anwenden, dass sie sich da so nicht den Platz gegen sich blockieren. Wie sieht's hier aus? Hervorragend. Betriebsmittel ist echt ein Problem hier. Komisch. In Billings? Ja, wo bist denn du? Marsch der Welt. So, das läuft jetzt. Ähm. Die gebrochene Triebstange sieht aber böse aus. Wollen wir ein Pflaster draufkleben? Wollen wir ein Pflaster draufkleben? Naja. Was euch jetzt noch was zu sagen, ne? Also, wir sind eigentlich jetzt ganz gut dabei. So. Geh mal mein ganzes Zugang nicht. Ach, komm, noch nicht. Das ist ein Zuckolatte. Viel Spaß mit diesem wertlosen Schrott. Was meinst du, warum ich zugelassen habe, dass du die Auktion gewinnst? Vielleicht hat er uns das ein. Ist klar, dass die sich immer aufreden, dass ich das dann kaufe, weil wenn es zur Auktion geht, haben die vorher das kaufen wollen. Macht Sinn, ne? 318.000 und reduziert sich. Ach, Quatsch. Da war grad irgendwo was mit Prämia. Okay, nicht mehr. Ah, das ist schon geil. Läuft hier eigentlich auch ganz gut. Die warten nicht zu lange. Klappt eigentlich alles. Hier ist fast voll. Da ist was voll. Darum kümmern sich die Züge schön. Die hier unten fahren hoffentlich auch, glaube ich. Aber die fahren auch. Alles super. Oh, eine Anschlussprämie. Hier. Die nehmen wir uns. Vor allem eine halbe Mille ist schon nicht schlecht, ne? Ja, jetzt haben wir ein kurzes Geld hier. Wir zerstören es wieder. So, Unternehmen. Kurz auf Konkurrenz gehen. Dreamliner. Du hast die Aktien eines Konkurrenten gekauft. Das dürfte ihm zu denken geben. Jetzt rief die sich erst mal auf. Eigentlich. Okay, belief ihre Oma haben mit 1000 Ladungen Fleisch. Sollte doch jetzt eigentlich klappen. Wenn nicht, habe ich echt keine Ahnung mehr, was man machen sollte. Warte, wir machen das mal hier ganz kurz speichern. Nur falls es nicht klappt. Szenario Denver. Och, kommt dir dieser Bahnhof etwa ungelegen? Welcher Bahnhof? Husch, husch! Lass die Erwachsenen in Ruhe Geschäfte machen. Also hier, wenn ich jetzt so nach Dodge City... Es tut mir leid. Habe ich dir etwa dein Personal abgeworben? Kannst du das mal designen lassen? Buchhalter. Spion. Äh, ja. Eigentlich brauchen wir uns nicht ausbauen, weil die ganze andere Häfte der Welt... Das gehört aber nicht zum guten Ton, hier so herumzuschnüffeln. Oh, krass. Consolidation B. Oh, da hat aber jemand wirklich ein Problem mit der Zuverlässigkeit seiner Lokomotiven. Hupsala, ich habe halt auch jemanden rausgeworfen. Stell dir mal vor, wie es bei ihm zu Hause aussieht dann so. Weißt du, alle Leute sagen so, ach, mit der Firma hast du ein einfaches Spiel, die werfen niemanden raus. Und dann der so, ja, ähm, heute, ich wurde abgelehnt. Du wurdest mit der Firma, die hat nie jemanden abgelehnt. Oh, bist du im Loppen. Dein Mitarbeiter ist aber eine wunderbare Ergänzung für meine Belegschaft. So. Noch ein Mitarbeiter wieder hier. Jetzt geht's los hier. Ja, nice. Da gibt's eine Anschlussprämie. Gönne ich mir... Wir haben jetzt 532.000. Huch. Haben wir plötzlich 2 Millionen? So, wie sieht's eigentlich jetzt aus in Denver? Die sind voll. Ultro. Stil Empire hängt alle ab. Werterreich. Damit setzt die bekannte Eisenbahngesellschaft ihre Erfolgsgeschichte unvermindert fort. Ja. So, Omaha. Kriegt Fleisch im Überfluss. Schön, schön, schön. Das heißt ja eigentlich nur, dass wir jetzt auf dem Gewinnpfad sind. Noch ein ganz... eineinhalb Jahre noch und dann... Das läuft doch super. Eins, was mich ein bisschen stört ist, ich würde hier am liebsten den ganzen Bahnhof hinsetzen. Nur zum Entleeren dazu. Aber die sind alle voll. Müssen wir doch eigentlich echt schnell hochgehen jetzt, oder nicht? 550. Eigentlich müsste das doch immer so um 8 hochgehen, ne? Ne, um 7. Ich hab ja einen Kühlwagen dran. Glaube ich. Sollte ich zumindest. Ja, hab ich glaube ich auch. 57 und jetzt 64. Da wird stehen, ne? Ja, okay. Das ist echt... Hier das Einzelne passt schon. Gut. Bankgeschäfte, Beatrix. Gib mir deine Aktien. Kannst du mir erklären, was du mit diesem jämmerlichen Verhalten erreichen möchtest? Ich will deinen Untergang. Siehst du das etwa nicht? Ja. Betriebsmittelfilm, Betriebsmittelfilm. Pass auf, wir machen jetzt was ganz Interessantes. Die hier. Komm weg. Versorgungsturm kommt da hin. Den hätte ich auch stehen lassen können. Und da ist jetzt ein Turm dran. Kann doch nicht sein. Ja stimmt, die warten ja so lange, die müssen erstmal gewartet werden, ne? Ja, macht schon auch wieder Sinn irgendwie, irgendwo. Ha, ein Prozent kauft die... Endlich sind die Menschen in dieser Stadt nicht mehr nur auf deine Bummelbahn angewiesen, sondern können auch auf meine exquisiten Züge zurückgreifen. Und da ist jetzt die größte Stadt. Was, Grand Junction, größte Stadt? Wo ist Grand Junction, größte Stadt? Wo ist Grand Junction? Ne, jetzt sagst du, wo ist die Stadt? Rapid City, Kasper. Ah, Grand Junction. Weißt du, was ich jetzt mache? Einfach nur, um dich zu trollen. Ha. Okay. Santa Fe. Ist schon nicht schlecht. Na, Oklahoma City. Ah, warum nicht? Braucht zwar kein Schwein, aber warum nicht? Und wieder einmal hast du deine unfehlbare Geschmacksverirrung bewiesen. Ja. Also eigentlich müssen wir jetzt nur noch warten. Aber mehr geht halt nicht. Also ich habe mehr Fleisch kriege ich da nicht raus. Ohne Witz. Wenn ihr mir zeigt, wie man noch mehr hinkriegt, gerne. Ich meine, ich könnte jetzt vielleicht noch versuchen, North Plate und sowas anzuschließen, aber ohne Witz. Oh, da hat aber jemand wirklich ein Problem mit der Zuverlässigkeit seiner Lokomotiven. Eigentlich für das Freispiel wäre das Beste, wenn man zwei Bahnhöfe hat. Eins mit dem Produkt, was es herstellt, komplett voll machen, so wie ich es hier gemacht habe. Und dann an dem anderen am besten so zwei für Passagiere und zwei für Fracht innerhalb der Städte hin und her. Macht das Sinn? Ich weiß es nicht. Vielleicht. Wobei wir können natürlich auch diese Viererlinie nutzen, um die alles zu machen. Machen wir hier. Ähm... Ja, doch, zwei für Fracht, zwei für Dings. Und das sind nur für diese einen Dings. Industriekongress. Wo ist das denn? Da. Cool. Ey, 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 ey. Ganz ruhig bleiben, ja? Bla, bla, bla. Es kann sein, dass gleich ein Herr mit zweifelhafter Reputation und schlechten Absichten bei dir vorbeikommt. Ha, ha, ha. Ah, das wollte ich aber nicht. Ich kann eigentlich nichts machen außer Aktien kaufen. Ist halt echt so. Weil, das hier haben wir geschafft. Wir haben es tatsächlich geschafft. Nicht, dass ich erwartet hätte, etwas Sinnvolles zu finden, aber das scheint nützlich zu sein. Streamliner, größtes Netz. Ja, ja. Glaube ich zumindest, dass wir es geschafft haben, oder? Ah, doch. Hier sieht es ganz gut aus eigentlich. Hey, warum sind denn diese wirklich Züge eigentlich? Wo sind denn die alle? Ach, guck mal, es sind auch alle voll, die da hingehen, ne? Collins, Final, Switch, Cheater. Die gebrochene Triebstange sieht aber böse aus. Wollen wir ein Pflaster draufkleben? Ohne Scheiß, die könnten, weil es hier sogar auch leer ist, auch wenn diese Auslastung hoch ist angeblich, aber da die ja nicht so viel brauchen, können wir die eigentlich einfach nochmal erhöhen. Ohne Scheiß. Weil der hat Erfolge. Fast. Ach, der ist gut jetzt. Mal gucken mal jetzt. Guck's dir an. Wurms, Wurms, Wurms. Da kommen die gar nicht hinterher. So, pass auf, machen wir jetzt einfach überall. Ähm, dann machen wir jetzt. Ach Quatsch, das ist jetzt der Schwachsinn. Fleisch 1. Krieg ich nochmal ein? 21. 22, 23. Machen wir überall nochmal drei Stück dran, würde ich sagen. So, dann kriegt Fleisch 6, 2, 3, äh, Klone. So, dann Fleisch 11 am besten. Und dann Fleisch, 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 wie heißt es jetzt? 16. Aber eigentlich, ich muss es eigentlich ganz erweitern. Ich meine, was soll da? Geiz, ne? Halb so wild, einfach kaufen. Hä? Fleisch 11. Und ich stecke es so weit, dass es halb so wild. 40. Sollte doch trotzdem noch funktionieren. Das ist auf jeden Fall echt krank jetzt hier. Oh, Scheiße. Die gebrochene Triebstange sieht aber böse aus. Wollen wir ein Pflaster draufkleben? Aber er wird nicht leer. Er hält es durch. Jetzt stehen die sogar schon hier? Ja, ja, Okay, das ist schon krass. Ja, haben wir fast geschafft. Perfekt. Okay, es ist übel. Äh, Ah, hier. Ähm, ja, jetzt steht die komplett Schlange, ne? Jetzt ist es voll. Boah, 160 Prozent. Okay, Unternehmen von ihr. 10 Prozent. Die ist echt teuer geworden. Mensch, Mensch, Mensch. Wie viel kriegen wir jetzt von Darlehen hier? Was kriegen wir da eigentlich angeboten? 3,8 Millionen. Das klingt doch eigentlich gar nicht mehr so scheiße. Da hätten wir uns zwei Stück nehmen können. Oh, da wird es jetzt machen, wir jetzt einfach mal. Das sind acht Mio. Ja, guck's dir an. Das ist fast alles von ihr. So, wir warten eben, dass wir das beliefert haben. Na, guck mal. Zwölf Jahre. Zwölf Jahre vor dem Ziel. Hat zwar ein, zwei Anläufer gebraucht und war auch ehrlich gesagt wirklich schwer, finde ich. Also, meiner Meinung nach, ist es echt hart gewesen. Und es ist jetzt die größte Strecke für ein Produkt, was wir jemals hatten. Ein exklusives Eisenbahnunternehmen lässt sich nicht auf so etwas Profanes wie Geschwindigkeit reduzieren. Alter, regt er sich auf. So. Unternehmen. Äh, nee. Jo, das schon. Wieder drei Prozent. Mädel, du gehst langsam pleite. Da, letzte Fleisch. jetzt. Jetzt. Ach, da hast du wohl kalte Füße bekommen, was? Du hast schon viel Fleisch auf die Gleise gebracht und an die Ostküste transportiert. Eine Anschlussprämie, die nehme ich doch gerne. guck mal. Guck mal. Hab ich nicht schön gemacht, oder? Das war doch super. Halbe Million für nichts. Was haben wir da? Anschlussprämie? Ach so, das kaufe ich gerade. Warum auch immer ich das kaufe. Keine Ahnung. Viel Spaß mit diesem wertlosen Schrott. Was meinst du, warum ich zugelassen habe, dass du die Auktion gewinnst? Wir treiben jetzt ein bisschen hoch. Wo ist Spaß? Wir schaffen es sogar echt, die zu kriegen. Scheiße. Aber kurz, die hat es gemacht. Die will ich gar nicht haben. Vielleicht sollte ich dich auch einmal bei einer Auktion gewinnen lassen. Aber wo bliebe da der Spaß? Aber warum haben die alle so ein extremes Minus? Das kann ich nicht mehr mit dem Zug verwalten. Dauer 159. Der fährt ein halbes Jahr. Die gebrochene Triebstange sieht aber böse aus. Wollen wir ein Pflaster draufkleben? Die Fracht-Treibstoff-Warton. Also so eine lange Strecke für Fleisch lohnt sich echt nicht. Das ist ja echt so plus minus null. Krass. Oh, hier ist eine Express-Linie wahrscheinlich, ne? Ja, ist mir egal. So, Beatrix. Mädel. Will langsam Zeit, Schuss zu sagen. Machen wir mal ganz kurz speichern hier. Einfach nur, bevor sie sie irgendwie abstützen oder so. Das wäre jetzt echt übel. Oh, tut das gut. Diese Mission geschafft zu haben. So gut wie zumindest. Oh. Die ist aber trotzdem immer noch deutlich mehr Zügen und Streckenlänge. Die hat auch eigentlich echt ein geiles Netz, aber ich bin halt einfach der Geilste, ja. Da kann die halt nichts gegen tun. Komm schon. Wie viel hast du eigentlich von mir? 16 Prozent? Aha. Meine Aktie kosten eine halbe Million. Die gebrochene Triebstange sieht aber böse aus. Wollen wir ein Pflaster draufkleben? So. Jetzt haben wir es erledigt. 100 Prozent der Aktien. Mal gucken, wie teuer wäre es und wir alle verkaufen. 16 Millionen. Ich glaube, ich habe da ein bisschen mehr gezahlt. Oder? Oder auch nicht. Wer weiß. Ich glaube auch schon. Ich bin mir ziemlich sicher. In Amarillo. Bargeld hatte die so wenig gehabt. Aktienwerte. Habe ich mir eine eigene bekommen? Oder wie? In der vielen Fall Streckennetze haben wir bekommen, Bahnhof haben wir bekommen, Betriebe haben wir bekommen. Die Züge wurden aufgelöst und die 146 Lokomotiven zum Gegenwert von 4.311.272 verkauft. 90 Mitarbeiter warten außerdem für 10 Wochen, als Bewerber auf eine Anstellung. Du hast einen Konkurrenten vollständig übernommen. Ein beeindruckendes Wachstum für dein Unternehmen. Hat seinen Wert auf 45 Millionen erhöht. Der Nachschub mit Rindern ist sichergestellt. Sie kommen alle rechtzeitig und wohlbehalten an. Gute Arbeit. Verstellt euch mal vor, wie schwer ist es eigentlich, die ganzen Viecher am Leben zu halten und für 160 Tage auf so einer Fahrt. Alter. Ja, und? Das war jetzt 12 Jahre vor Abschluss. Und wir kriegen das? Äh, jetzt halte ich Bewertung am Arsch. Pah. Also, mich ist ein bisschen enttäuscht. Ticketverkäufer. Okay, zwei Bonus-Ziele, ja, aber pfff. Schwierigkeitsgrad, pfff. Ach, dann leck mich doch. Ist mir egal. Haben wir geschafft. Szenario. Sauber. Fehlen nur noch die anderen hier, ne? Das nächste Mal dann schwarzes Gold. Oh, das ist 1910. Oh, die Jahre sind ein bisschen unterschiedlicher. Naja. Auf jeden Fall ist das nächste Mal schwarzes Gold. Dankeschön fürs Zusehen. Und bis nächstes Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.